Herzlich Willkommen zu einem neuen Warzone 2 Video von mir, ich bin euer Jigsaw und wir gehen gleich rein ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und lasst doch gern ein Comic oder Like da. Da kommt noch einer. Den Neumann mit Zack. Da kommt noch einer. Den Neumann mit Zack. Den Neumann mit Zack. Den Neumann mit Zack. die Niveau kommen. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind wieder ausgefilmt. Rüstet euch aus. Feindliche Drohne aktiv. Nur noch 25 übrig. Angriff Ultra. Das FBS-A hat unerlaubte Subaktivität im Gebiet festgestellt. Achtung Ultra. Wir orten einen nicht-autorisierten Sub in diesem Gebiet. Denen wir mal mit der Zeit. Fünfundzwanzig. Nachricht nicht. Ihr habt hart gekämpft. Kehrt zur Nachbesprechung des Wachstums zurück. Das war's für heute. Die Feindliche Überwachung hat dich entdeckt. Rechne mit Kontakt. Guter Abschuss. Markiere den Rest des Truppes auf der Taktikkarte. Viel Erfolg. Da kommt noch ein paar Blutzeug. Mach das nicht nochmal! Einsatzgebiet. Das Gas nähert sich dir. Alle Ultras. Achtung. Mit wie verbesserter Operator im Gebiet. Angriff mit Vorsicht. Die Feindliche Überwachung hat einen Mörsser-Schlag gestartet. In Deckung. Den nehmen wir mal mit. Zack! Die Feindliche Überwachung hat einen mit wie verbesserten Operator in der Nähe. Wachsam bleiben. Oh Scheiße! Weniger als 25 standen noch. Wir haben verloren, aber wir kommen stärker zurück. Das Gas breitet sich auf. Die Feindliche Überwachung hat einen Schlüssel. Jidy. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wenn ihr das hört, sind wir leider schon am Ende. Ich danke euch dafür, dass ihr es bisher angeschaut habt und bis zum nächsten Mal, euer Jinso. Ich danke euch für's Zuschauen.